So, willkommen zurück zu Bibi und Tina, Fähren auf dem Martinshof. Wir haben beim letzten Mal unser eigenes Pferd hier kennengelernt, sag ich jetzt mal. Ja, den, oder die Cookie, ich weiß jetzt noch nicht. Und jetzt hat sie gesagt, die Tina, wir haben auf jeden Fall jede Menge zu tun heute und wir müssen noch irgendwie im Stall helfen. Und eine Lage Heu ist gekommen. Die wir jetzt noch irgendwie reinschaffen müssen. Und ein Heugeist nicht da. Das Heu sieht aus wie Spaghetti, die hier, als wäre ein italienischer Kochtopf explodiert. Die ganzen Nudeln hängen überall rum. Komm, wir haben eine Menge Arbeit. Lass uns anfangen. Ja. Und womit? Damit. Die Heugabel hat Holger mal auf dem Heuboden vergessen. Ich wäre beinahe hineingetreten. Oh Gott. Da hast du aber Glück gehabt. Gut. Lassen, Wasser haben. Ja, müssen wir vielleicht den Eimer. Dein Pferd braucht was zu trinken. Ja. Aber der Eimer ist leer. Ja. Ist okay. Super. Sehr gut. Hier kannst du nichts damit anfangen. Müssen wir noch ein bisschen Heu mitnehmen. Das Heu ist frisch. Das wird deinem Pferd schmecken. Gut. Ja. Aber wie bekommen wir es in die Schubkarre? Mit der Mistgabel. Äh, Heugabel. Genau das Richtige, um das Heu in die Schubkarre zu laden. Das ist gar nicht so einfach. Doch. Das war sogar super richtig. Das sieht gut aus. Aha. Super. Was ist hier mit? Zammzeug? Trense? Nö. Wäre ich schon fertig? Mit der Schubkarre müssen wir das Futter in den Stall bringen. In der Truhe sind Hafer und Kraftfutter. Aha. Hafer ist was ganz Besonderes. Den hat sich dein Pferd verdient, weil es gestern so brav war. Ja dann, her mit dem Hafer. Schade, das geht so nicht. Achso, das geht nicht. Rüber damit. In den Eimer. Äh, in die Schubkarre. So, okay, bin ich jetzt fertig. Guck mal, die haben hier normale Stöcke, haben sie hier für die Schubkarre verwendet. Wieso denn dies? Kraftfutter brauchen Pferde nur, wenn sie sich besonders angestrengt haben. Hat's nicht. Gut. Ähm, ich denke, wir sind jetzt hier soweit fertig. Oder? Ich weiß nicht. Zumachen vielleicht noch? Irgendwas brauchen wir noch, oder? Ah. Jawohl. Nehmen wir mal einen Ballen mit. Super. Jetzt, aber jetzt rüber, oder? Ah, eine Mietekatze. Oh, drei. Drei. Vier. Ach, da sind die Kätzchen ja. Wo ist denn ihre Mutter? Ich weiß nicht. Die fängt wohl gerade Mäuse. Die sind ja so niedlich. Ich mach mal ein Foto. Sie hat immer den Foto bereit dabei. Ja, die kleinen Kätzchen sind natürlich sehr cute. Ähm, wir können jetzt aber rüber, oder? Ne, es blinkt nichts. Warum nicht? Muss ich die Kiste noch zumachen? Kraftfutter bräuch ich ja keins. Oder bin ich einfach fertig und kann rüber gehen? Wir probieren das mal so. Die, die abwarten darüber, bis die Musik vollendet ist. So, und jetzt? Wo ist mein Schubkahn mit dem Essen? Oh nein, das ist schon wieder dreckig. Hä, aber dann war ich noch nicht fertig drüben in der Scheune, oder was? Hier ist alles so wie gestern. Achso. Hier kommen wir später nochmal vorbei. Aha. Hä, aber... Hä? Bisschen lang die Musik jedes Mal. Okay. Ich dachte, ich wäre hier fertig. Sollen wir das neue Heu stapeln? Ja. Ja, lass uns rauf gehen. Lass uns mal hoch gehen und das Heu stapeln. Ah, ein Stapelungsspiel. Ah, das ist so ein Verschiebeding. Oder wie? Was ist das denn? Ein, zwei und mehr Spiele, oder was? Hä? Achso, das ist Schwierigkeit. Ah, okay. Warte, ne, jetzt bin ich zurück. Hä, ne, Moment. Ich hab's nicht verstanden, was ich tun muss. Ich dachte, da geht das Spiel los, weil man sonst ja immer das Spiel starten muss. Das sind aber viele neue Heu. Ja, ja, hab ich schon verstanden. Die müssen wir stapeln? Ja. Ja. Die frischen, nassen Heuwein müssen nach oben. Das sind die ganz dunklen. Ja. Darunter müssen die, die schon ablassen. Ich hab's verstanden. Grün, hellgrün, gelb. Und nach unten kommen die hellsten. Aber wie spiele ich das denn? Ich kann da gar nix, ich kann da gar nix machen. Äh, ich, 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 ich hab keine Ahnung. Da passiert ja gar nix. Und ich kann ja auch hier jetzt nix bewegen, oder sowas. Äh, ich kann hier nicht ziehen, ich kann hier nicht drehen. Ich kann hier nichts wenden. Da mach ich den zweiten Schwierigkeitsgrad. Aha. Achso, das schiebe ich. Achso. Ah, ja, in die Mitte. Ah, okay, okay, okay. Okay, das zurück. Der hoch. Der auch hoch. Der da rüber. Der da runter. Der da runter. Der da rüber. Der da rauf. Der da rüber. Der da rüber. Äh, der da runter. Der da hin. Der hoch. Der da rüber. Der da hin. Der da hin. Der runter. Und der runter. Super. Wir sind fertig. Das war ja ganz schön anstrengend. Nein, das war leicht. Das war super easy. Bin ich jetzt hier fertig? Ach, kommt schon Musik. Das Heu haben wir gestapelt. Zum Glück. Komm, wir haben noch mehr zu tun. Was denn? Was haben wir denn noch zu tun? Aber doch nicht mehr hier drin. Oder? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich noch irgendwas machen? Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Ne, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind hier fertig. Also ich... Also ich... Ich weiß ja nicht, was ich hier noch tun sollte. Und ich kann auch nichts mehr anklickern. Das ist so ein bisschen strange gerade. Kriege ich das wieder zu machen hier? Nö. Ähm... Um... Ja, ich weiß das auch nicht. Die Damen... Ich behaupte, wir sind hier durchaus fertig. Ja, hier ist dann das nächste Mal, was ich... Ach so. Ja, das war es jetzt. Ach, komm schon. Die Katzen sind im Versteck. Das hätte ich jetzt noch... Soll ich sie rausholen aus dem Versteck? Ne. Oder wir müssen doch in einen anderen Raum gehen. Was hat sie denn am Anfang gesagt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, vielleicht Teich... Stall waren wir schon. Im Haus. Traktor. Wiese. Schau mal aufs Feld. Oder in den Garten. Hier kannst du uns bei der Ernte helfen. Ach so. Die Karotten auf diesem Feld müssen eingesammelt werden. Okay. Wenn du eine Möhre mit einer anderen überspringst, ist sie geerntet. Du musst versuchen, alle Möhren bis auf eine aus dem Feld zu holen. Okay. Wie? Das ist jetzt wieder so super kompliziert. Aha. Okay. Du hast nicht alle Möhren geerntet. Versuch uns doch mal. Okay. Alles klar. Okay. Ach, die kann ich tauschen? Nee, oder? Ich darf auf jeden Fall keinen nach innen haben, oder? Wenn ich einen ganz nach außen setze. Oder... Ach so. Warte mal. Ah nee. Jetzt ist der verloren. Für immer verloren. Wie geht denn das? Diagonal darf ich ja nicht. Ich muss einen schon... Muss ich auf jeden Fall nach außen setzen. Aber irgendwann muss ich ja anfangen. So. Und dann... Kann ich ja nur den. So. Und dann ist aber der verloren. Es sei denn, ich baue den so hoch. Und den kann ich ja nur dann... So. Na, auf ein neues. Wohl schwierig. Weil diagonal geht nicht. Und so, wenn ich hier anfange, kann ich auch nicht. Ich kann den nur nach außen immer machen. Der zweite... Da geht immer nur der. Und dann habe ich alle außen. Toll. Da sind noch Karotten übrig. Ja. Versuch es nochmal von vorne. Ich weiß, ich weiß. Aber das ist kompliziert. Okay. Den kann ich nach außen setzen. So. Und jetzt kann ich... Den... Oder ist der da verloren? Ich kann den nicht machen. Ich kann den nicht machen. Oh, das ist mega kompliziert. Einfach mal so ein logisches Denkspiel hier. So. Da. Und den da. Und dann ist der weg. Ne. Der ist dahin. Aber der ist dann dahin. Und den kann ich nochmal hier packen. Das war's. Versuch es doch nochmal. Hm. Ein nach außen. Wie würde ich denn die nach reinkriegen? Ne. Jetzt ist das schon weg. Ja. Achso. Da kann ich jetzt auf einmal zwei überspringen. Achso. Ich kann auch zwei überspringen. Ah. Okay. Aber den kann ich jetzt nicht dahinterspringen. Wieso kann ich denn da vor allem zwei überspringen? Das ist ja komisch. Gut. Okay. Da geht's ja wieder nicht. Hä? Nein. Das verstehe ich nicht. Da sind noch Karotten übrig. Ja. Das haben wir jetzt schon tausendmal probiert. Äh. Äh. So. 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 Der geht nicht. Der geht. Der geht auch nicht. Wieso geht denn denn nicht? Ja. Und jetzt geht der. Okay. Irgendwas stimmt da nicht mit dem Spiel. Manchmal zeigt er die an, dass ich das darf. Und manchmal nicht. Das ist ein bisschen komisch. Was habe ich jetzt gemacht? Nichts. Mann. Immer bleiben die drei übrig. Das ist ja total kompliziert. Blöde Sache. Blöde Sache.